Der vergebliche Lauf. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte zu Beginn vorlesen aus 1. Korinther 15, Verse 1-2, wo es heißt Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Ja, es gibt eine Voraussetzung für die Errettung der Glaube und das Festhalten am Wortlaut des wahren Evangeliums. Das heißt, kein falscher Jesus. In Galater 1,8 heißt es dann wiederum Aber auch wenn wir selbst oder ein Engel aus dem Himmel euch eine andere Heilsbotschaft verkündigten, als die, welche wir euch verkündigt haben, Fluch über ihn. Ja, uns sollte allen inzwischen bewusst sein, dass es massig Lehrmeinungen gibt. Lehrmeinungen, die sich alle auf verschiedene Art und Weise vermischen und am Ende womöglich mehr Verwirrung als Erkenntnis schenken. Deswegen unvoreingenommen die Schrift lesen, um den größten Schaden zu vermeiden. Nun, in diesem Video soll es aber mehr darum gehen, zu verstehen, warum es so wichtig ist, in diesem einzig wahren Evangelium standhaft auszuharren. So hatte Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, bereits in verschiedenen Gleichnissen angedeutet, dass die Entscheidung, ihm nachzufolgen, damit verbunden ist, das Weltliche bzw. die jetzige Weltzeit aufzugeben, um das wahre Gut am Ende zu empfangen bzw. zu erlangen. Lukas 9, Verse 59-62, wo es heißt Zu einem anderen sagte er, folge mir nach, der entgegnete, erlaube mir zunächst noch hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Da antwortete er ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Noch ein anderer sagte, Herr, ich will dir folgen, zunächst aber gestatte mir, von meinen Hausgenossen Abschied zu nehmen. Da sagte Jesus zu ihm, Niemand, der die Hand an den Pflug gelegt hat und dann noch rückwärts blickt, ist für das Reich Gottes tauglich. Ja, wenn man sich also für den Glauben entscheidet, dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen, dann ist es keine Dreierbeziehung mit dem Herrn, dir und der Welt, sondern es ist ein Entweder-oder. Beides geht nicht. So zeigen beide Beispiele aus Lukas 9, dass die Nachfolge mit einer Bedingung verknüpft ist. Die Bedingung ist, tot für die Welt zu sein, nicht mehr zurückzublicken. Nicht nach links oder rechts, sondern die Augen auf das gerichtet, was vorne liegt. Und so heißt es nachfolgend in 5. Mose 28,14 Und von allen Weisungen, die ich euch heute gebiete, weder nach rechts noch nach links abweichst, indem du anderen Göttern nachgehst, um ihnen zu dienen. Ja, und hier nochmal der Hinweis, falls es Kontextschwierigkeiten gibt, lest euch das komplette Kapitel oder die Verse zuvor nochmal selbstständig durch. Ja, also so sollen wir, wenn wir das Alte ausgefegt haben, den alten Menschen im Glauben neu anfangen, als neue Schöpfung, dem Herrn dienen bis zum Ende ausharren, um am Ende eben nicht mehr das Vergängliche vor Augen zu haben, sondern das Vollkommene und Unvergängliche, das Geistliche. Denn der Todfeind eines Menschen ist die Liebe zum Fleisch, also im Umkehrschluss zur Welt. Warum? Weil die Welt den Menschen geistlich erblinden lässt. Nur wenn das Evangelium wahrlich verstanden wurde, kann auch Heilung geschehen. Dreh dich nicht um! So gibt uns die Schrift mehrere Beispiele von Menschen, die sich nicht vom Geiste leiten lassen wollten. Menschen, die ihre eigenen Begierden vor den Willen Gottes stellten. Wenn wir also nicht vergeblich den Glaubensweg laufen möchten, sollten wir uns kein Beispiel an folgenden Menschen nehmen. Beispiel 1. Loths Frau. Sie warf ihren Blick zurück in die Welt und unterlag dem Fluch und wurde zur Salzsäule. Oder Beispiel 2. Der reiche Jüngling. Er zeigte, dass Habgier bzw. der Marmon und seine weltlichen Gelüste den Menschen daran hindern, sich von der Welt zu trennen. Wahre Nachfolge ist nur mit einem ungeteilten Herzen möglich. Und Beispiel 3. Hananias und Saphira. Beide verfehlten das Ziel, indem sie ihre Freundschaft zur Welt, also dem Marmon, vor den Glauben stellten. Und auch hier könnt ihr nochmal die einzelnen Verse in den Klammern selbstständig prüfen. Weiter heißt es in Sprüche 29, 25. Menschenfurcht legt Fallstricke. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist wohl geborgen. Ja, wie umgeht man also diese Fallstricke? Indem man sich die Schrift einverleibt und erkennt, dass diese Weltzeit nichts Gutes in sich birgt. Prüft anhand der Schrift, was Gott ein wohlgefälliger Gottesdienst ist und vor allem prüft auch die Menschen in eurer Umgebung. Auch eure Prediger, auch mich. Sind sie wahre Brüder und Schwestern im Glauben? Sind es Menschen, die dich nicht für den Marmon verkaufen würden? So suche dir als gläubiger Mensch wahre Nachfolger als Geschwister, um nicht durch die Verfehlung anderer selbst wieder im Sumpf der Welt zu landen. Wie gesagt, nicht zurückblicken, sondern die Augen auf das gerichtet zu haben, was gut ist und nicht auf das Vergängliche, was hinter uns liegt. So heißt es in 1. Korinther 9, 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass aber nur einer den Siegespreis erhält. Lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn erlangt. Oder auch Philippa 3, 14. Und jage das vorgesteckte Ziel im Auge nach dem Siegespreis, den die in Christus Jesus ergangene himmlische Berufung Gottes in Aussicht stellt. Lasst es nicht vergeblich sein. Verse über Verse. 2. Korinther 6, 1, wo es heißt, Erinnern wir uns zurück an die Worte Jesu auf der ersten Folie. Sich für den Glauben zu entscheiden, aber nicht zu vollenden, ist am Ende vergeblich. Genauso wie es Paulus im Eingangsvers erwähnt hatte. Wie ihr seht, wiederholt sich auch der Apostel Paulus an mehreren Stellen, wenn es darum geht, die Gnade Gottes nicht mit irgendwelchen weltlichen Dingen oder ganz allgemein durch Ungehorsam zu schmähen. Das gilt auch für die heilsame Lehre. Galater 2, 2, wo es heißt, Ich unternahm aber diese Reise aufgrund einer göttlichen Offenbarung und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, die Heilsbotschaft dar, die ich unter den Heiden verkündige, um feststellen zu lassen, ob meine Arbeit vergeblich wäre oder gewesen wäre. Und zwei Kapitel weiter heißt es in Galater 4, 11, Ich bin um euch besorgt, dass ich vergeblich an euch gearbeitet haben möchte. Ja, die Galater, Menschen, die im Geiste anfingen, gottwohlgefällig zu wandeln, sich aber durch die falschen, eingeschlichenen Brüder entschieden, erneut dem Fleische zu dienen. Neuzeit-Pharisäer, Thora-Christen, oder wie man es eben in der heutigen Zeit nennen mag. So sagte auch der Herr in Matthäus 15, 9, Doch vergeblich, ja auch hier wieder das Wort, vergeblich, verehren sie mich, weil sie Menschensatzungen als Lehren vortragen. Stichwort vergeblich, denn das Herz von gesetzlichen Menschen zeigt nicht den Eifer, der in Gottes Sinn ist, dass einer dem anderen dient, sondern es wird nur in Selbstkasteiung gehandelt und gewandelt. Ja, da habe ich auch schon mehrere Videos dazu gemacht. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht, ja. Die Freiheit im Geiste wird völlig untergraben. Also, Philippa 2, 16, wo es heißt, haltet fest am Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, weil ich da nicht vergeblich gelaufen bin und nicht vergeblich gearbeitet habe. Ja. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas Erkenntnis dazu schenken, beziehungsweise eure Erkenntnis erweitern und wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Wie immer gilt, prüft alles, behaltet das Gute und nährt euch vom Wort laut Matthäus 4, 4 und so Gott will. Bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao.